was ist das ist deadline ja was ist denn das du hast ja diese die motorrad dann hast du strahlen drei du musst andere leute dazu bringen diese strahlen zu kommen dass sie explodieren ich habe jeder die fünf leben oder sechs leben oder sowas darf praktisch nicht den strahl der hinter dem motorrad vom gegner rauskommt kreuzen genauso ist es also wieder kevin meistens mit ja okay und ich verstehe das leben ja schön dass ich das ich finde es interessant dass ein rico das hier pink gekriegt hat als renner das linke er kriegt mein so du hast den pinken anzug du bist pink team pink heute dann fangen wir zu dritt daher mit dem franken ding an und dann 15 uhr mach ich ja und dann war man den rest nächste woche weiter kann man ja runterfallen ja sie wird auch leben ich habe schon mal einer gestorben von euch ja ich bin hier du siehst es ja unten rechts aber okay du siehst du unten rechts leben da weißt du wer gestorben wie es aussieht nur genau rein nach so was ist das okay das kann ich nicht okay wieder runterfällt das auch tut unfassbar das ding kann ja gar nicht bremsen nein nur Ein Streufer hat komischerweise keine, aber ich schaue das mal bei Marcus rein. Also ich kriege gerade echt nichts gehen, weil ich nur sterbe. Na gut, weil er es rein kennt. Nein, na gut. Eh? Ich habe nichts komisch gemacht. Mal nie 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 Ha! Ich bin drüber geschwung. Nein!!! Oh. da kommst du die rampe runter alter kommt zum brüder strahlen du kannst du nicht mehr weg da hast du keine chance mehr hätte ich komplett tot genau deswegen was du gerade gemacht hast bin ich ständig bei dir durch ständig allerdings dran krassen ist da kein platz mehr dran vorbei zu fahren das ist der sinn deswegen mache ich das ja auch in selbstvertretung jetzt vorbei auch nicht okay als wenn du mal die kurve gekriegt das dauert eine weile bischof rausgefunden habe wie das geht und er war es definitiv nicht du hast doch inkel und hast aber sieben tode mich hat jedes mal der marcus gekillt ich bin die ganze zeit irgendwelche spuren die ganze drei gefahren wir können gucken mal ich habe die meisten kürze noch trotzdem nicht gewonnen ich bin auch gefühlt die sieben mal bei dir mit reingefahren in den zeitstrahl ne bei mir hat es so weiter gedauert bis ich rauskriegen habe wie das funktioniert das ganze ich kannte das nicht sind und nicht ich ich Warum? Ich bin bestimmt ein Echo, ne? und neben der liegende leichen nein zumindest wenn ich glaube ich habe ich selber gestorben alter ich bin gerade die Wand hochgefahren das war schlau das war schlau also ich habe in den wick mich wieder bitte für die wand hochgefahren dann habe ich was jetzt los nur ich kann meinen wieso kann ich manchmal strage aktivieren dauert ja mal eine kleine weile wenn du respawns da hast du erstmal keinen und dann kommt er erst wieder aber in der zeit kannst du auch nicht durch kannst du auch durch die anderen durchfahren dann passiert ja auch nichts das geklärt mit anderen schreiben ich habe es gesehen jetzt wahrscheinlich auch aus so viel gestorben bin ich bin raus naja ich bin jetzt habe ich bin ich weitergekommen als du zumindest die runde naja ich bin raus ach du alles gut alles gut nein scheiße ich wollte mein bunny ob benutzt und bei dir drüber zu springen mit meinen eigenen strahl reingesprungen okay wie geht eine bunny ob der trauerabst du da einsam ist und wie aktivierst du die linken stick reindrücken wie beim beim mario kart was wir dann mal gespielt haben jetzt kriegt er da in riko hat sich selber gekillt ja hat auch hierzu einfach ne das wüsste ich nie wie gesagt also ich kenne das nie alles gut alles hübsch alles gut wer kleine vertreten die werden die beziehung noch so frisch ist dass du noch schatz hier und irgendwann halt die fresse macht dich aus weg das war dein modus in richtung gerade genau es ist mein modus immer ist ja noch nicht vorbei stell dir das grad vor im riko da sitzt und der freundin sagt du kannst ruhig anfassen das ding ist bitter ich Luke und diese ja die die du kannst nicht